... auf der Straße in Akkord. Im Herz gesagt, viele und 50 Städten in Deutschland haben halt die Menschen auf der Straße. Die Begründung hat das alles geändert. Er hat zehn und ein paar Worte von jedem Menschen am Mikrofon und er kann das gerne tun. Mikrofone veröffnet. Wir wollen uns wieder bitten, nach wie vor, um spenden, damit wir hier den nächsten Städten einbekommen. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Vielen Dank.